I experienced a lot of interviews before I ended up in MIC. I liked it a lot. Man hat das erste Gespräch, ich kann mich erinnern, es ist sehr angenehm gewesen das Gespräch, es war sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Also der Bewerbungsprozess hat sich in den letzten 15 Jahren in der Form verändert, dass er einfach viel professioneller geworden ist. Also es wurden wirklich Strukturen eingeführt, die in mehrstufigen Phasen sozusagen sicherstellen sollen, dass wir den richtigen Bewerber vor uns haben. They asked me about my experience and they showed me around, they gave me the opportunity to have a look how the project manager works. Für das Bewerbungsgespräch schaut es auf alle Fälle nicht, wenn man sich gut vorbereitet. Das heißt, wenn man sich im Vorfeld einfach über unsere Firma informiert, was wir so machen und dass man selbstverständlich in dem Gespräch einfach Interesse zeigt. Optimal für mich ist, wenn die Person als solches ein offenes Gespräch mit uns führt und die Motivation dahinter erkennbar ist, warum man sich hier bewirbt. Mais du hast auf. So ist es ganz, wie das. Dann sollte ich nochmal zu sagen. So ist es. Ich hab. So ist es. So ist es. Auch wenn wir haben.